Die Elefanten kommen ein bisschen später, Mausi. Ja? Ja. Heute ist es auch nicht so heiß. Mitten auf der Straße. Hier, bei uns am Fenster. Hier da raus. Oh, jetzt läuft sie da rüber. Guck mal, Hilfe! Nein, das sind Giraffen, Schatz. Schöne Tiere sind das. Ach so. Die ist schon belästigt. Hast du das Fenster runter gemacht? Ja. Na sowas. Die Schüttel auch da. Ja. Guck mal Tiere. Tiere. Mhm. Einen Bus. Mhm, großer Bus. Großer Bus. Das ist ein Doppeldecker Bus. Damit da ganz viele Leute reinpassen. Ja. Mhm. Ja. Dann müssen wir den mal filmen, wenn da einer ist. Oh. Muss ja weg. Immer noch die Flamingos da hinten. Wenn wir sie kriegen, da sind sie. Immer noch mal runter. Ein sauberes Bild. Guck mal, da hinten sind Flamingos. Ja. 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 Und nicht wegjagen. Jetzt kommen wir. Ja. 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 gleich kratzt sie da kommt sie da läuft sie schweck ist auf die andere Seite schweck ist auf die andere Seite das ist ein bisschen größer schau mal jetzt kommt sie zu uns schau mal und Papa auch? gut lange Zunge guck mal bei Papa sehe ich nicht Vorsicht, fahre weiter guck mal bei Papa guck mal bei Papa guck mal bei Papa ganz viel guck mal die Zahnarzt genau guck mal bei Papa guck mal bei Papa guck mal bei Papa guck mal bei Papa